Ich glaube, es ist ein wichtiges Zeichen, dass wir in Volkreibock sorgen, dass wir mehr sind, dass es nicht sein kann, dass da drüben sich die AfD und diejenigen versammeln, die immer noch glauben, dass Hass und Ausgrenzung okay ist, dass Hetze okay ist und dass der Hass auf andere Menschen auch okay ist. Richtig laut sei, aktiv zorn, bunt sei, fröhlich sei, wir sind mehr, wir sind mehr in Volkreibock Danke. Wir brauchen keine AfD dazu, damit wir Demokratie praktizieren und lernen. Wir brauchen Menschen, die demokratisch denken und das haben Sie heute alle bewiesen, die heute hier in Volkreibock sind. Meistens rückt dann ein Herr wichtig, die Geschichte wieder richtig, faselt von der Auschwitz-Lüge, leider kennt man's zur Genüge, mach die Stärke, misch dich ein, zeige es, Sie sind dumm, ein Schwein, sage Nein! Aber als Penner oder Sänger, Denker oder Musikgänger, aber als Schüler oder Leder, ausfrauerer Straßenkehrer, ob du sechs bist oder hundert, sei nicht nur erschreckt verwundert, Turbe zu Runde, misch dich ein, Lasst uns gemeinsam dem Rechtsruck mit allen demokratischen Mitteln gegenwirken und auch wir sind heute da, um gegen die AfD zu protestieren. Danke! Wir haben es geschafft, in Europa die Grenzen zu öffnen. Wir haben in Deutschland geschafft, die Mauer einzureißen und da beginnen die Mauern und die Grenzen in den Köpfen wieder dabei. Friedlich Wein in den Verein, sage Nein! Und wenn sie in deiner Schule plötzlich lästern über Schwule, schwarze Kinder spüren lassen, wie sie andere Rassen hassen. Lehrer, anstatt auszuschwerden, Deutschland wieder braun verfärben, hab dann keine Angst zu schreien. Sag Nein! 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 Vielen Dank.